Okay ihr kleinen Pisser, jetzt wird hier mal richtig aufgeräumt. Der Unterschied zwischen uns ist, dass ich das hier fking ernst meine. Okay Bro, dropp den fking Beat. Hey, WTF Bro, das ist gar nicht der Beat, den wir ausgemacht haben. Weht ist das doch Old MacDonald. Willst du mich verarschen? Wir sollten ein Team sein, denn wir wären gut und günstig. Du bist ähnlich wie Durchfall, den du bist, überflüssig. Ihr verbrennt durch mich, als wärt ihr zu ölig. Ihr seid so beschissen nach diesem Turnier. Hab ich ein schlechtes Gewissen, ich ziehe keine Kokslein. Ich schreibe meinen Code rein, meine Lines sind grammatikalisch richtig. Währenddessen seid ihr einfach nur unwichtig. Nach dieser Quali mache ich Input im Turnier. Ihr seid traurig, weil ihr hier alle verliebt. Ich rasiere euch wie ein Barbier. Der Leiter, der kam nicht mal ins Gott. Heute macht der YouTube Kacke, aber der ist Schrott. Außerdem riecht er dauernd nach Kot. Mir fallen keine Bars mehr ein. Ich habe übrigens einen Dick-Junko-Stein. Ihr seid wie Isaac, denn ihr werdet alle weinen. Paul ist ein fettes Schwein. Trotzdem passt er dreimal in Kylos Nase rein. Jetzt kommt die letzte Line. Ich habe einen Urin-Stein. Paul ist süß... Paul hat ein Haus, und ich schmeiß ihn raus. Seine Mama heißt Klaus. Sein Vater ist eine Maus, und ist auf RSD drauf. Und seine Freundin ist eine Laus. Untertitelung. BR 2018